Wow, gehört das ganze Haus nur uns allein? Für dein Meeresbiologie-Praktikum gäbe es keinen schöneren Platz. Wow, was ist das für ein Ort? Hier arbeite ich. So ein Delfin habe ich noch nie gesehen. Von den Einheimischen kenne ich den Mythos über die Juwelendelfine. Geht er sofort weg! Das ist Maru, meine Chefin. Siehst du nicht, dass er krank ist? Wir erwarten den Tierarzt morgen. Ihr solltet jetzt gehen. Da bist du ja. Bist du okay? Was machst du da? Er braucht seine Freiheit. Er ist ein Juwelendelfin. Ich bin Barbie. Ich bin Ayla. Machst du hier Ferien? Und hast du Schwestern? Ich bin allein. Keine Schwestern. Du Glückliche. Ich möchte nur nicht immer ihre Klamotten auftragen. Juwelendelfine! Ruby, nein! Du bist eine Meerjungfrau. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Der Delfin wird mir ein Vermögen einbringen. Barbie muss das sofort erfahren. Ich habe einen Plan. Aber ich brauche die Hilfe von euch allen. Ich tue, was ich brauche. So wunderbar, so wunderschön, so hell und klar. Was war das? So wunderbar, so wunderschön, so hell und klar. Gleich seid ihr wieder frei. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Verge ihn! Gehen wir! Mit Barbie, Skipper, Stacey, Chelsea und Ken. Seid dabei und genießt dieses einmalige Unterwasser-Abenteuer. Ihr werdet es schaffen! Barbie und die Magie der Delfine.